Jeden Tag begegnen wir Hunderten von Menschen. Jeden Tag sehen wir fremde Gesichter. In unserem gesamten Leben begegnen wir Hunderttausende von Menschen und nehmen doch nur einige wirklich wahr. Vielleicht beobachten wir eine der Personen zwei Sekunden. Vielleicht lassen wir uns in diesen Sekunden durch den Kopf gehen, was diesen Menschen beschäftigt, was dieser Mensch erlebt hat, was diesen Menschen ausmacht. Doch schon nach der dritten Sekunde haben wir sie vergessen. Würden wir einen zweiten Blick auf diesen Menschen riskieren, könnten wir vielleicht mehr erkennen. Vielleicht riskieren wir einen Blick auf sie. Eventuell werden wir uns fragen, wer diese Person ist, was diese Person in ihrem Leben tut. Würden wir einen zweiten Blick auf diesen Menschen riskieren, könnten wir vielleicht mehr erkennen. Wenn wir unsere Ohren nur ein wenig öffnen würden, würden wir einen Hauch ihrer Geschichte erahnen können. Vielleicht haben wir eine Kurzverbundenheit, eine Nähe zu diesem so fremden Menschen gespürt. Und plötzlich interessiert man sich diesen Menschen. Wenn wir das sehen könnten, würden wir sie dann nicht verurteilen für ihr Aussehen, ihre Kleidung, ihr Verhalten. Vielleicht würden wir erkennen, dass diese Menschen jeder Einzelne einzigartig ist. – mit demгаивает so. – Sia – – – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020